Sehen wir in China gerade wie eine massive Krise am entstehen ist, die nicht nur China, sondern ebenfalls die restliche Welt betreffen wird? Denn praktisch 30% der gesamten chinesischen Wirtschaftsleistung lässt sich mittlerweile auf die Baubranche zurückführen und genauso wie vor der Finanzkrise 2008 können wir in China ein ähnliches Muster sehen. Die Preise sind in die Höhe geschossen, die Bauunternehmen haben sich hoch verschuldet und den Banken steht bereits das Wasser bis zum Halse. Die Situation ist alarmierend, doch was ist, wenn ich dir sagen würde, dass das vielleicht alles nur ein Plan Chinas war, um den Westen zu täuschen? Was wäre, wenn die gefürchtete chinesische Immobilienblase in Wirklichkeit eine große Lüge sein könnte? Denn das behaupten nämlich einige Analysten und auch Medien und berufen sich auf falsche Interpretationen der Daten und westliche Medienpropaganda gegen China. Alle Details dazu im Video. Die Frage ist, wie viel an der chinesischen Immobilienkrise ist wirklich dran? Schauen wir uns an, was eine Immobilienblase eigentlich ist. Eine Blase tritt auf, wenn der Preis von Häusern weit über ihrem wirklichen Wert liegt. Das bedeutet, wenn Häuser viel teurer sind, als sie eigentlich sein sollten. Aber wie können wir herausfinden, ob die Preise für Wohnungen wirklich zu hoch sind? Ein guter Anhaltspunkt ist der Mietpreis. Wenn viele Menschen an einem Ort leben möchten, wie in großen Städten, steigen die Mieten, weil die Wohnungen dort einen echten Wert haben. Alle möchten dort wohnen, also sind die Mieten hoch. Aber in Gegenden, in denen kaum jemand leben möchte, wie in abgelegenen Dörfern, sind die Mieten niedrig. Dort haben die Wohnungen kaum einen Wert. Um herauszufinden, ob es eine Immobilienblase gibt, können wir also die Mietpreise mit den Verkaufspreisen vergleichen. Wenn die Kaufpreise sehr hoch sind, die Mieten aber niedrig, ist das ein deutliches Anzeichen für eine Blase. Und wie in China sehen die Zahlen ganz schön alarmierend aus. Die Wohnungspreise im Verhältnis zu den Mieten sind viel höher als beispielsweise in den USA. Und das sollte uns zu denken geben. Ein wichtiger Hinweis auf eine mögliche Blase ist das Einkommen der Menschen. Wenn die Einkommen niedrig sind und die Wohnungen trotzdem unbezahlbar teuer, dann könnte da was faul sein. Das könnte sein, wenn sich die Leute bis über beide Ohren verschulden und dadurch eine große Spekulationsblase schaffen. Und das könnten wir vielleicht gerade in China sehen. Dort bräuchte man mehr als 30 Jahre eines durchschnittlichen Einkommens, um sich eine Wohnung leisten zu können. In den USA sind es beispielsweise 5. Die hohen Preise in China könnten ein klares Anzeichen dafür sein, dass in China eine riesige Immobilienblase existiert. Doch was ist, wenn das in China falsch ist und wir eine komplett andere Situation haben? China war einst ein armes Land, das hauptsächlich ländlich geprägt war. Doch in den letzten Jahren sind viele Menschen in die großen Städte gezogen. Doch 40% der Gesamtbevölkerung lebt immer noch auf dem Land. Und von denen wird über die Hälfte in den nächsten Jahren in die Stadt ziehen. Und das aus zwei entscheidenden Gründen. Das heißt, China braucht in den nächsten Jahrzehnten jede Menge neuer Wohnungen. Und das erklärt auch, warum der Immobilienmarkt dort so groß ist. Und das bedeutet auch, dass in den nächsten Jahren der Unterschied zwischen Kaufpreis und Mietpreisverhältnis sich anpassen wird. Denn was wäre, wenn die Mieten noch keine Zeit hatten, sich anzupassen? Das würde im Grunde genommen gegen eine Immobilienblase in China sprechen. Der zweite Punkt ist viel drastischer. Ein chinesischer Käufer einer Immobilie braucht im Durchschnitt 30 Jahre Einkommen, um eine Immobilie zu kaufen. Das ist absoluter Wahnsinn. Und die meisten würden dann sagen, dass das eine Blase ist und diese schon bald platzt. Doch sie verkennen auch, dass die Gehälter in China mit solch einer atemberaubenden Geschwindigkeit wachsen. China ist eines der wirtschaftlich am schnellsten wachsenden Länder der Welt. Oder beziehungsweise war es. Und wenn die Einkommen weiter steigen, dann könne das auch kein Faktor für eine Immobilienblase sein. Auch wissen wir nicht, ob China die richtigen Zahlen bekannt gibt. Schau hier. So haben Chinas Behörden ihre Zahlen gefälscht. Sie fallen, wie das finanzpolitische Magazin Kaixin schreibt, immer genauso aus, wie Peking sie vorab plant. Wer sagt, dass China diese Zahlen aus strategischen Gründen nicht nach Belieben, nach oben oder auch nach unten einpasst. Und zusätzlich hat China aufgrund seiner kulturellen Besonderheiten eine starke Schattenwirtschaft, die in offiziellen Zahlen nicht auftaucht, auch nicht in den Zahlen der chinesischen Regierung. Also das Problem ist nicht unbedingt, dass Wohnen im Vergleich zu den Einkommen zu teuer ist. Vielleicht sind die Einkommen viel höher, als es die Zahlen sagen. Zusammengefasst könnte man sagen, dass die Vorwürfe gegen die Blase aus drei Gründen vielleicht nicht stimmen. Erstens, wenn die Städte wachsen, entsteht zwangsläufig ein boomender Immobilienmarkt, der die Preise langfristig beeinflusst. Zweitens wird China insgesamt wirtschaftlich stärker werden und drittens, die Daten könnten ebenso einfach falsch sein. Fakt ist, China wird in den nächsten Jahren jede Menge neue Wohnungen bauen müssen, weil viele Leute in die Städte ziehen. Das Problem ist, dass die Bauunternehmen diese Häuser an den falschen Orten bauten bzw. gebaut haben. Tatsächlich wurden fast 80% der neuen Wohnungen in den letzten Jahren in kleinen Städten gebaut. Das bedeutet, dass es nicht genug Wohnungen in den großen Städten gibt, wo die Leute wahrscheinlich hinziehen werden. Das würde ein sehr großes Problem für den Immobilienmarkt bedeuten. Das würde bedeuten, dass die Wohnungen an den falschen Orten gebaut worden sind. Und wenn es dort keine Nachfrage gibt, wer bezahlt dann die Kredite, die für diese Wohnungen aufgenommen wurden? Und das könnte zum Platzen der Blase führen. Und die chinesische Regierung, das ist Fakt, wird alles dafür tun, damit das nicht geschieht. Doch bevor wir das beantworten, warum bauen diese Firmen überhaupt in solchen bzw. in Anführungszeichen falschen Gegenden? Es geht ums Geld und um Spekulationen. Interessant ist, dass der Immobilienboom in China nach der Finanzkrise 2008 begonnen hat. Danach hat die chinesische Regierung beschlossen, mittels des Gießkannenprinzips Geld in den Immobilienmarkt zu investieren. Es kam zum Bauboom. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Spekulation der Investoren, die vermutlich durch das Gießkannenprinzip der Regierung ausgelöst worden ist, bzw. sie spekulieren, wo die Regierung als nächstes Geld investieren wird und bauen dort und kaufen dort auch Wohnungen. Und diejenigen, die behaupten, dass die Blase falsch ist oder zumindest übertrieben dargestellt wird, sagen ebenfalls, dass Chinas Wirtschaftsleistung, das Bruttoinlandsprodukt, viel größer ist, als die offiziellen Zahlen zeigen. Das liegt an der Schattenwirtschaft und daran, dass die Statistiken nicht immer richtig interpretiert worden sind. Sie sagen, dass der Anteil der Bauwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt in Wirklichkeit kleiner sein könnte, als es den Anschein hat. Anders gesagt, selbst wenn der Immobiliensektor in die Knie gehen sollte, insbesondere in kleinen Städten, würde das die Wirtschaft vielleicht nicht so sehr ins Wanken bringen, wie man denkt. Wenn wir uns dazu diese Grafik zur Schattenwirtschaft anschauen, dann würde das bedeuten, dass laut Schätzungen China tatsächlich um knapp 13% reicher sein könnte, als die offiziellen Zahlen belegen. Doch auch hier müssen wir daran denken, dass die chinesische Regierung die Daten möglicherweise extrem positiv darstellt. Und selbst wenn China wirklich um 13% reicher wäre, würde die Schattenwirtschaft auch viele Aktivitäten umfassen, die mit dem Immobilienmarkt zu tun haben. Also um es klar zu sagen, das ist kein wirklich überzeugendes Argument gegen die Blasentheorie im Immobilienmarkt. Und zusätzlich sehen wir mehrere Faktoren. China hat in den letzten Jahren immer niedrigere Wachstumsraten verzeichnet und die Wachstumsraten eines Landes schließen auch nicht gleich die Kluft zwischen den Immobilienpreisen und den Einkommen der Menschen. Und obendrauf wird China die Hälfte seiner arbeitenden Bevölkerung verlieren. Das hat Folgen für die Wirtschaft. Die jahrzehntelange Ein-Kind-Politik Chinas hat zu einer alternden Bevölkerung und einem ungleichen Verhältnis zwischen Alten und Jungen geführt. Und das wird das gesamtwirtschaftliche Wachstum Chinas behindern, die Immobilienblase verschlimmern, da weniger Wohnraum benötigt wird und könnte ein giftiges Gemisch für die komplette Finanzwelt darstellen. Doch die interessante Frage für uns ist, wird sie vollständig platzen? Wie wird sie platzen? Und wird die Regierung das abwenden können? China ist weltweit gesehen ein wirtschaftlich extrem starkes Land. Und das könnte auch bedeuten, dass sie trotz ihrer Probleme sicherlich die Mittel dazu haben, diese Krise abzuwenden. Krisen sind normal in allen Ländern und China hat sich schon oft überwinden können. Trotzdem könnte es Anzeichen für ein Platzen der Blase geben. Wie den Niedergang des Baukonzerns Evergrande, der kontinuierliche Rückgang der Immobilienpreise, den China seit 2019 erlebt und die beunruhigenden Daten zu Konsum und Produktion könnten darauf hindeuten, dass wir uns in einer kritischen Phase befinden und das Schlimmste vielleicht in den kommenden Jahren uns bevorsteht, beziehungsweise China bevorsteht. Aber das bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Blase sofort platzen wird oder überhaupt platzen wird. Die chinesische Regierung setzt alle Hebel in Bewegung, um das Platzen der Blase und eine mögliche Krise so weit wie möglich hinaus zu zögern. Sie ist bereit, immense 1,8 Billionen Dollar für Bauprojekte bereitzustellen, solange sie den Immobilienmarkt unterstützen und ebenfalls die Immobilienunternehmen finanziell unterstützen. Damit könnten sie das Problem vorerst in Schach halten und genau das könnte auch ihre Strategie sein, die Schäden im Laufe der Zeit zu minimieren und zeitgleich den Wohnungsbau in den großen Städten anzukurbeln und Arbeitskräfte aus Regionen mit Blasenproblemen dorthin zu verlagern. In den Großstädten wird immer noch dringend neuer Wohnraum benötigt, auch wenn es zusätzliche Probleme wie Infrastrukturprobleme mit sich bringen könnte. Zusammengefasst, die chinesische Krise wird wahrscheinlich keine vollständige Rezession sein und sie wird ebenfalls auch nicht dazu führen, dass die Weltwirtschaft zusammenbricht. Vor allem, weil China immer noch Raum für Wachstum hat. Aber es ist ziemlich sicher, dass China mit einer schweren Stagnation im wichtigen Immobiliensektor konfrontiert sein wird. Die Frage ist, ob es andere Wege gibt, um dieses Problem zu lösen, ob China einen neuen wirtschaftlichen Motor finden kann, um den Immobilieneinbruch auszugleichen bzw. abzufedern. Es gibt einige Möglichkeiten, wie beispielsweise die Automobilindustrie, die immer mehr und mehr am Wachsen ist. Was denkst du dazu? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare. Insbesondere, wie wird sich diese China-Blase auf unser Wirtschaftswachstum auswirken, auf unser Geld und unsere Investitionen? Wie wird das Deutschland betreffen? Welche Ideen hast du, um mit den Problemen nach einem möglichen Platzen der Blase umzugehen? Denkst du, die Regierung in China wird das Ruder in der Hand behalten können, wenn es zum Platzen der Blase kommt? Schreib mir deine Meinung dazu in die Kommentare. Teile das Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.